Sabine, schade, taffe Auslosung. Eigentlich müsstest du ganz zufrieden sein mit deiner Leistung. Analysieren wir das mit schon. Ja, zufrieden auf der einen Seite schon, aber natürlich über die Enttäuschung der Niederlage. Klar ist es eine schwere und wunderbare Auslösung gewesen, aber damit muss man rechnen, wenn man nicht gesetzt ist. Ja, sehr schade. Man hat aber gesehen, du hast im Moment einen schweren Weg wieder zurück, aber man hat gesehen, wie du das auch geliebt hast, vor dem Heimlich-Boot-League wieder zu spielen und wie die dich nach wie vor gerne gesehen und die Chemie sagt, wo siehst du dich jetzt auf deinem Weg zurück und wie viel Positives möchtest du jetzt vorstellen? Aktuell ist es schwer, das Positive zu sehen, weil es so kurz nach der Niederlage ist, aber was glaube ich auch normal ist, wenn man mit Leidenschaft einfach bei der Sache ist und ja, ich liebe es einfach, vorheimischen Publikum zu spielen und das ist das Beste in der Welt und das macht unglaublich viel Spaß und das ist das, was mir auch so viel Kraft gibt, jeden Tag uns mal weiterzuarbeiten und ich glaube, man hat gesehen, die Leidenschaft ist noch da, also das fährt doch. Wollt ihr bloß gegen eure Fragen? Ja, bitte. Wie kommt man denn als Spieler zurecht, an drei verschiedenen Tage zu spielen und wegen Regenpausen unterbrochen zu werden, also wie kommt man da mit den Teilen? Bei mir waren es Gott sei Dank nur zwei, aber ich komme mir damit klar, man muss einfach damit klarkommen, also man kann es sich ja nicht aussuchen, von daher, man nimmt es so wie es kommt, also bei uns ging es ja wirklich noch, wir hatten eine Unterbrechung, also ich glaube, es ist viel schlimmer, wenn du mal runter auf, runter auf, wenn du mal nur ein, zwei Spiele spielst, aber ich glaube, es war für alle einfach schwierig, weil du irgendwie bereit sein musst, wenn nicht weiß, wann du spielen willst und dieses Bereithalten zerrt halt auch so ein bisschen an der Kraft, das ist ja normal, weil du dich fokussieren musst, um für alle Fälle spielen zu können. Tom Pernowicz, ein guter Spieler, eine zweite Stunde, in den letzten Wochen, Monaten haben wir auch schon wieder lange die Spieler, die das so Schiff gedacht hätten, die haben ja nicht doch früher weggeschossen. Wie schwierig ist es jetzt wirklich, wenn vor sich zu bleiben und es ist ja nicht falsch verstanden, ich finde ja auch das wirklich unangswert, aber da sind ja alle Menschen, denkt man auch, klappt das noch? Ich weiß nicht, warum mir das jeder in den Mund legen will. Ich weiß es nicht, ich habe die Leidenschaft, sonst wäre ich nicht hier. Und so lange die vorhanden ist, werde ich weiter kämpfen. Macht dann aber auch sowas gut, wie Sieg im Mund am Kreuz, auch Ihr Gegner heute, Tom Pernowicz, war ja schwer verletzt, ist dann auf Platz 960 oder so zurückgefallen und jetzt wieder Top 40, hat aber auch zwei Jahre gedauert, macht das dann gut? Also man unterhält sich natürlich viel. Eila kenne ich sehr gut oder Kusi auch. Also jeder hat, glaube ich, nach einer längeren Zeit einfach mehr Probleme zurückzukommen. Es ist einfach so. Nicht umsonst sagt man im Sport generell, das was du draußen bist, das Doppelte brauchst du wirklich wieder an das Topniveau anzuknüpfen. Wenn man jetzt sieht, ich war in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahre, ich glaube 14 Monate komplett raus. Also das ist eine sehr, sehr lange Zeit, vor allem hochgespürt. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie die nächsten Tage und Wochen für dich aussahen? Weiter mal? Ich weiß es nicht. Was noch gar nicht? Durch meine Ranglistenposition weiß ich nicht, wo ich reinkomme. Von daher ist es im Moment so eine Last-Minute, ich will es nicht Aktion nennen, Entscheidung. Ich glaube, ich schützt es besser. Ja, weil man drauf warten muss, wo man im letzten Moment noch reinrutscht und spielen kann. Aber es geht ja zumindest jetzt dann wieder auf Rasenbreite. Hoffentlich. Ja, genau. Das ist schon etwas, was immer positiv stimmt. Da ist ja die Belage. Ja, ich glaube, das ist eben auch eine Sache, die man positiv nehmen kann. Asche ist mein schlechtester Belag und trotzdem habe ich gut gespielt. Und ich glaube, das ist das Positive, was man daraus nehmen kann. Ich hoffe, dass ich in ein paar Turniere reinkommen werde in den nächsten Wochen. Sowohl in Herr Togenbosch als auch in Nottingham war der Cut für die Quali niedriger als mein jetziges Ranking. Von daher hoffen wir sehr, dass ich da reinkomme. Aber wie gesagt, es ist im Moment einfach sehr schwierig zu planen. Aber wir werden versuchen, auf Rasen zu spielen, definitiv. Können Sie sagen, was Ihnen noch so fehlt? Wie geht es? Matches. Ein Sieg. Ja. Einmal, ich meine, es ist ja auch in Stuttgart. Ein Punkt, ein Punkt hier und da. Ich meine, ja, der erste Satz steht zwar 6-2 da. Aber ich glaube, jeder, der es gesehen hat, weiß, dass es wesentlich knapper war. Und dass da ein paar Punkte hier und da entscheiden und ich einfach echt ein paar richtig gute Punkte gespielt habe. Aber zwei, drei Zentimeter ins Auswand, wirklich nur zwei, drei Zentimeter. Aber wenn der Ball halt sitzt, wenn du am Gewinn bist, sitzt so ein Ball. Ohne nachzudenken. Und wenn du halt nicht die Siege hast, dann geht der eben zwei, drei Zentimeter ins Aus. Und ja, daran muss man sich halt halten, dass es nächstes Mal einmal mehr ins Käpte geht. Und wenn du in einem weiteren Zeitraum die Ergebnisse fehlen, die Schläge trotzdem da sind, das Spiel trotzdem da ist, das hat man glaube ich heute auch gesehen. Könnte man natürlich auch auf den Gedanken kommen, dass man im Umfeld möglicherweise immer mal einen Puls gibt. Dass man von irgendeiner Stelle sich nochmal einen Ratschlag holt. Ist das die Idee in den letzten Monaten darauf gekommen? Ja, ich habe vor zwei Wochen meinen Trainer gefeuert, weil es nicht funktioniert hat. Und ja, ich glaube mit 29 kann man mein Spiel auch nicht umstellen und sollte man auch nicht. Und ich werde jetzt wieder mit meinem Vater und mit der Familie trainieren und das wieder Back to Basics angehen und darauf aufbauen. Weil mir das immer viel Vertrauen gegeben hat und viel Sicherheit gegeben hat. Und ich glaube, das ist im Moment das Wichtigste, was ich brauche. Und ja, und dann schauen wir, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird. Wie war das für dich, dass auch die Laura Rittner hier dich schon angefeuert hat? Und die Worldcard hattest und auch so deine DTB zu dir stehen und das alles. Also da nimmst du schon auch was. Sehr wichtig. Wir haben uns nach dem Match länger unterhalten. Und ja, so etwas, ich meine, sie ist die ganze Zeit auf der Tour. Sie kommentiert, also sie sieht, wie das Niveau ist. Und auch sie hat gesagt, es fehlt nur ganz klein wenig. Und ein, zwei Siegen und dann sieht das alles schon wieder anders aus. Und das sind Dinge, die man, glaube ich, einfach auch hören braucht. Und ich weiß, von ihr bekomme ich immer eine ehrliche Meinung. Und das ist auch das, was ich zu schätzen weiß. Und auch, dass es mir die Möglichkeit hier geboten wurde zu spielen. Und weiß einfach Liebe daheim zu spielen. Und ja, schade, dass es nicht geklappt hat. Aber ich werde kämpfen. Wie ist es denn die Welt ausgesprochen? Versprechen kann man nie. Wenn ich in der Quali von Roland Garros bin, dann bin ich da. Aber, nein, generell natürlich. Wenn ich spielen kann, dann werde ich da sein. Noch Fragen? Kannst du uns nochmal für diejenigen, die es nicht auf dem Zettel haben, die vorherige Konstellation erklären? Welche Konstellation? Mit wem du vorher zu machen? Marcel Ducodré. Ich bin Südafrikaner. Seit Ende November, Anfang Dezember haben wir zusammengearbeitet. Und ja, ich war noch mit meinen Eltern in Taipang. Und danach, ja, wollten wir uns Unterstützung holen. Und haben das auch versucht. Und es hat nicht funktioniert leider. Und daraus hat man Konsequenzen gezogen. Aber ja, braucht es etwas Zeit, um das Spiel wieder dahin zu strukturieren, wie man es sieht. Und auch die Stärken aufzubauen, die ich habe. Und darauf zu vertrauen. Und hoffentlich kann ich dann beim nächsten Match noch mehr Druck bauen. Also ich habe auch mit Barbara schon gesprochen, jetzt nicht mit dem Tennis. Aber sie hat jetzt auch ausdrücklich gelobt. Und dass sie ein Vorsitzender auch für die jüngere Generation, die da Probleme hat. Dieser Support, den Sie gerade auch schon angesprochen haben, und rückhalten dann dazu auch von den Fans, wo man sieht, dass es wirklich kein Unterschied zu tun hat. Ken Popovich oder so Börgis ist das nicht immer noch. Ist das wirklich, wo Sie da wirklich Kraft draus ziehen können? Auf jeden Fall. Das ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das ist das, was einem auch Kraft gibt, jeden Tag zu trainieren und weiterzumachen. Und ja, und einfach durchzuhalten. Weil hätte ich die Schläge nicht, würde es nicht funktionieren. Dann ist es was anderes. Aber ich habe die Schläge. Und es muss einfach alles nur gut strukturiert werden, sodass ich darauf zählen kann und in den Entscheidmomenten einfach den Punkt auch machen kann. Und ja, mehr ist es nicht eigentlich. Also, ich weiß die Unterstützung von den Fans auch sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und das hat man auch in Stuttgart schon gesehen. Das hat man auch in der Bundesliga gesehen, als ich gespielt habe in den letzten Wochen. Und das ist einfach so ein tolles Gefühl. Und das erinnert einen, okay, erinnert einen, warum man das macht, wenn man manchmal im Gym ist und dann noch die Zehnte wiederholung und den dritten Satz machen muss. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020